Bilder für die Ewigkeit. Der FC Augsburg hat die Saison mit einem sensationellen fünften Platz abgeschlossen und sich damit direkt für die Europa League qualifiziert. Das wurde mit einer gigantischen Sause auf dem Augsburger Rathausplatz gefeiert und mittendrin natürlich das Brauhaus Riegele. Eigentlich bin ich da fassungslos. Also Europa, wir kommen. Es ist eine Wahnsinnssache und ich muss sagen, Glückwunsch an die Mannschaft, Glückwunsch an den ganzen Verein, der so zusammengehalten hat und das für Augsburg möglich macht. Und dass wir dabei sind, macht uns stolz und ist echt klasse. Für jedes Heimtor des FC Augsburg hat das Brauhaus Riegele Freibier für die Fans versprochen. Insgesamt 2.900 Liter wurden bei der großen Fanfeier dann ausgeschenkt. Ich finde, für so eine Augsburger Familienbrauerei tut sich das gut an. Also wir freuen uns ja alle drauf. Wir haben ja genug Tore geschossen, deswegen kann es auch genug getrunken werden. Ich finde es super, aber wir haben auch um jedes Tor gebippert, das wir also geschossen haben. Darum haben wir ja 2.900. Ja, Bier gehört zum Fußball dazu, oder? Und dann ist es doch Augsburger Bier. Muss sein. Was schmeckt es denn wenigstens, das Europabier? Weiß ich nicht. Ich habe noch keins probiert. Ich habe ja meinen Gutschein noch am Hand. Und jetzt ein Bier des Jahrzehnts. Schönes Leben hier. Riegele. Das Genießerbier.